Hey! Verpiss dich! Wirklich? Soll ich? Ja, Reksal, geh weg! Geh weg! Geh weg! Nein! Hallihallöchen und herzlich willkommen zu Let's play Minecraft Adventure Map Let's play, what? Ja, ich wollte sagen Let's play Pixel Jump'n'Run und der heilige Tempel der Olypithes Ich wollte gerade meine Aufnahme starten Der heilige Tempel der Olypithes Olypithes WTF? Ach, ich hab's noch auf Greg Pro Ja, dann ist kein Wunder Ich dachte gerade, wieso bin ich so schnell? Habe ich ihn Habe ich ihn noch ein Mod drin oder so? Dann dachte ich Nee, das kann nicht sein Bah! Und, ja, Gesundheit Danke Nee, Speed 10 Gibt's hier nicht Wirklich? Oh, es ist laut Ich glaub' ich mach' den Sound auf 7 und 7 Nein! Komm schon, bring' ich 7 nicht ran Alter Ja, so, okay Gute Lautstärke Ich komme WTF? Es ist mittel, oder? Es ist mittel, oder? Äh, keine Ahnung Ja, ich glaube, es ist mittel Pfff Das ist für uns in dem Fall extrem, ne? Wieso? Weil wir gar knipsch sind Hey, wir haben sogar ein Schwieres geschafft Bestimmt, okay Ja, die goldige Kiste da war nicht später Oh, lol Warum bin ich jetzt runtergekommen? Keine Ahnung Boah! Oh mein Gott Zwei, ein, zwei, ein, zwei, ein Also will ich dich direkt beim ersten Mal schaffen Ey Verpiss dich Hihihi Wirklich? Soll ich? Ja, Drecksal Geh weg, geh weg, geh weg Geh weg Geh weg Nein! Das ist nur wegen dir Nur wegen dir Nur wegen dir Du hast mich rausgebracht Ich hab' nicht mal was gemacht Doch, du hast mich aus dem Konzept gebracht Oh, 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 oh Nein! Nein! Scheiße, da wollte ich zu viel Ich hab' ich ihn gelaufen und das Geh Geh Geh, 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 Geh Geh, Geh, Geh Hey, lass mich Geh, ey Sie dies vorher einfach weiterspringen, ne? Und warum ist hier eigentlich wie die Skype? 19 Weil es besser ist Jetzt ein Checkpoint, lass mich durchbringen Hä, was ist ein Checkpoint? Lass mich wirklich durchbringen Und da vorne hat's nen Checkpoint Ich schwör's dir Lass mich an Was? Ich weiß, du licks mich an Was? So, warte Ha, 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 ha Oh, the fuck Wer lügt dich an? Seit wann macht der ein Checkpoint? Ist ja was ganz Neues Ja, stimmt schon Fick dich, Jakob Muss einfach sein Nein Jetzt bin ich schon wieder runter gefallen, ey Ohne meinen Einfluss Doch Nein Durch deinen geistigen Einfluss Mental, ne? Boah Boah Ohne Scheiß Ich frage mich wie ich das gerade geschafft habe PS an der Bauer So schwer ist das jetzt gerade gar nicht Ja, oh Scheiß PS macht den Checkpoint weg Nein Sonst ist es zu einfach PS mach einen weiteren Checkpoint Hahaha Ja, okay Das ist sowieso die erste Jump'n'Run-Karte die wir spielen Nee Doch Also Die wir aufnehmen Aha, ja, okay, das schon Ach, ich bin gleich bei einem weiteren Checkpoint Oh ja, das finde ich gut Soll ich dich runter schubsen? Kannst du eh nicht Bist du dir ganz sicher? Ja, wie willst du das von dort aus? Oh Scheiß Ich bin zu weit gesprungen Es wäre ja hin, es wäre ja hin Es wäre ja hin Mach auf Mach auf Keine Ah hier Nee Nein, es war ja Ja, danke fürs raufboxen Okay Nein! Hallöchen Hallöchen Komm ich Ich schüpp Weck mich Mach wieder auf Boah Hast du es geschafft? Ja, das war es nicht Ah scheiße, ich musste noch links Oh, hm Ja, super, super gemacht sind Super gemacht Ich war auch geil Wir sind fast schon weggegangen Mhm Ich helfe dir Danke Apres Neu Neu Ich bin gleich hinter die Witte rein gefangen Ich hasse es Oh fuck Es kommen noch Leitern springen Es kommen noch Leitern springen Nicht wirklich Doch Oh Boah, boah Nein Nein Scheiße Lecken, Alter Lecken Wenn du jetzt gerade aussiehst, siehst du Leitern Oh Oh, ich sehe keine Leitern Oh 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 Boah Wurde ich Hier, ne? Hä? Wieso habe ich gerade angehalten in der Lofen? Open hat einen Block Really? Mhm Fick dich Nein Darf ich dich auch wieder begrüßen? Ah Fein Hallo Diesmal wäre ich richtig gesprungen Aber nicht genug weit Du bekommst mich nicht, du Wieso? Komm, geh ein bisschen rein Danke Boah Fast zu viel Boah Texture Pack ist natürlich wieder in der Beschreibung Ja, super Super Moment Denk sie Das sind ja gerade vollgepasst, ne? Ich weiß Nein Du Arschloch Nein Scheiße Weißt du, was wäre jetzt kacke? Ich mache den Checkpoint zu Probiere es selber weiter und schaffe es nicht Boah Das wäre so dumm Jakob Hm, ich weiß Dann habe ich Dann hätte ich so keinen Bock mehr Wieso Fall ich die ganze Zeit jetzt ab einem Block Ich weiß, welche ist Projekt wir übrigens streichen können Welches? Was denkst du? Es würde das je noch etwas geben Was? Das Let's Battle Welches Let's Battle? Blöse Frage Ach das, okay Ja, das können wir vergessen Ja, das habe ich mir so fast gedacht, ne? Oh, ich habe so geschafft Boah, da bin ich nicht draufgegangen Wirst du mich verarschen, nicht die Sprünge, ne? Wo bist du? Oh Gewöse Boah, komm schon Ist du halt den Checkpoint? Ja, hat es Nice Peace Schieß Ja, super gemacht Jakob Was war das? Ne Petflasche Die von, an der Leere, die vom Tisch runtergefallen ist Boah Nein! Endlich mal ne Challenge, die wir auch ohne cheaten können Die du, glaube ich, ohne cheaten kannst Du bist Also beim ersten Checkpoint Das habe ich geschafft Yay Scheiße Nein! Ich sterbe jetzt dann Wirklich? Setzst du die ganze Zeit auf die Blöcke? Peck ja nö Boah Ich sterbe jetzt ja schnell Nein! Okay WTF Was hast du denn hier hinten alles für Chests? Hast du es geschafft? Hier hinten hat es einen Stern Oh ne Setzst du die Stirn Ist die Challenge fertig dort? Ja Ne, ich glaube eben noch nicht Oder doch Ich weiß es nicht Nein Ach Ach Hier hat es noch ein niederstern Wie viele hast du? 30 Du? 38 Diamanten Diamanten Gehst du die Diamanten versuchen? Wie meinst du die Diamanten versuchen? Wie meinst du die Diamanten versuchen? Hier Ich weiß Sollen wir das jetzt so machen? Warte Sollen wir das jetzt so machen? Dass einer oben bleibt und der andere probiert ist? Ja warte Ich mach jetzt den letzten Versuch Wenn ich nicht zu dir komme Dann tippe ich mich Und dann machen wir abwechseln Warte Warte Nein 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 Was machst du? Nicht trollen Okay Nein Mach ich jetzt Okay so Also ich war hier drin Das kann ich mir zeigen Guck hier hat es Diamanten Ja Wo? Dort Ah ok Hm das schaffst du Von dort Nehmen Nö es sind nur ein netter Sterne Verarschung Verarschung Ich bin unten Bist du das? Ich komme auch So Ja Ja Wir haben es geschafft Jakob Warte Der erste Weg Was? Der erste Weg abgeschlossen ist Bitte Schalter umlegen damit der erste Weg abgeschlossen ist Und damit du mit Challenge 7 weitermachen kannst Ja 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 Hallo Müssen wir jetzt nicht noch Challenge 7 oder so machen? Ach hier bist du Hä wo du ich sie mir gerade gegangen? Hier ne? Der zweite Weg Warte komm mal schnell mit Jakob Hier ist Challenge 7 Was? Ach hier ist Challenge 7 warte Komm hier mit Wir können hier nicht rein Hier Zur Bonus Start Pixel City Ok Warte Was gibt ein Problem? Wir können hier Diamanten finden Warte die Challenge 7 ist gar nicht offen Hast du den Schalter auch noch mal umgelegt? Hä? Ha vielleicht was der Ausgang Was machst du jetzt? Warte was geht Wie soll es dann Channel 7 nicht offen? Na warte vielleicht hab ich den Ausgang angeschaut Nein Hä? Ok Warte ich geh nochmal schnell zurück Warte da steht ja was Ah warte hier Haps Ach so ok Jetzt ist es offen Warte Jakob Warte geh nicht rein Komm komm Ok Wollen wir jetzt nicht noch in die Bonus Pixel statt? Erst am Schluss der Map Erst am Schluss der Map Ja Warte Warte Ja Vielen Dank.